Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video schauen wir uns an, was Schalke 04 noch für Neuzugänge und Abgänge machen könnte, um den Klassenerhalt zu schaffen. Euch dabei viel Spaß. Als erstes habe ich Patrick Pfeiffer. Schalke 04 hat nämlich keine vernünftige Innenverteidigung. Es mangelt an Tempo und einfach an Bundesliga-Niveau in der Mannschaft, in der Innenverteidigung. Der Abgang von Xiao wurde im Sommer nämlich nie ersetzt und er hätte sich Bundesliga-Qualitäten aneignen können mit seinem Talent und hatte auch auf jeden Fall das Tempo. Und das könnte jetzt Patrick Pfeiffer mitbringen. Er ist 23 Jahre alt und 1,96 Meter groß. Er ist 3 Millionen wert und konnte in der zweiten Bundesliga als Innenverteidiger nach 15 Spielen sogar 4 Tore erzielen. Er hat einen auslaufenden Vertrag und hat definitiv mehr Tempo als jeder Innenverteidiger von Schalke 04 aktuell. Eine Ablösesumme von einer Million wäre damit auf jeden Fall realistisch. Oder man würde ihn ablösefrei im Sommer verpflichten, wenn man in der ersten Liga bleiben könnte und den Klassenerhalt schafft. Aber man sollte ihn am besten im Winter schon verpflichten, damit man einen Innenverteidiger hätte, um den Klassenerhalt zu schaffen. Er ist nämlich aktuell der beste Zweitliga-Innenverteidiger und deshalb sollte man ihn sich definitiv mal anschauen. Dafür muss wohl mindestens ein Innenverteidiger im Winter wechseln und das wäre dann Kaminski, der in dieser Bundesligasong erst ein Spiel machte, das natürlich auch verletzungsbedingt. Er ist nämlich der einzigste Innenverteidiger, der nicht erst im Sommer dazu kam. Und mit 30 Jahren wird er auch keine richtige Entwicklung mehr nehmen. Zudem hat er einen auslaufenden Vertrag und dementsprechend sollte man probieren, ihm im Winter irgendwie abzugeben, um das Gehalt zu sparen und ansonsten ist er halt spätestens im Sommer erst weg. Schalke 04 braucht in der offensive Verstärkung und da könnte Julian Justwan helfen. Man braucht nämlich neben Terodde, Bülter, Drechsler und dem verletzten Polter und weiteren Offensivspielern in der Offensive einen schnelleren Spieler, wie es Justwan ist. Er ist 24 Jahre alt und machte in dieser Zweitligasaison 17 von 17 Spielen, dabei 3 Tore und 4 Vorlagen. Im DFB-Pokal waren es 2 Spiele, dabei 2 Tore und 2 Vorlagen. Er hat einen Marktwert von 1,2 Millionen und einen Vertrag bis zum 30.06.2025 bei Paderborn. Eine Ablösung von 1-2 Millionen wäre wohl realistisch und er wäre eine sehr, sehr starke Verbesserung, erst recht was das Tempo in der Offensive angeht. Mit Justwan wären es damit 10 Offensivspieler und da muss einer auf jeden Fall gehen und da würde ich Jordan Larson abgeben. Ihn könnte man per Laie im Winter abgeben mit einer Kaufoption oder Kaupppflicht oder ihn spätestens im Sommer wieder verkaufen. Er kam im Sommer nämlich ablösefrei nach Schalke 04 und war ein totaler Flop bisher. In der Bundesliga machte er 9 Spiele und dabei konnte er keinen einzigen Scorer erzielen. Fortuna Düsseldorf soll anscheinend Interesse haben am 25-Jährigen mit einem Marktwert von 4 Millionen. Er hat noch einen Vertrag bis zum 30.06.2025. Eine Ablösesumme von 2 Millionen wäre absolut in Ordnung, es könnte vielleicht sogar etwas weniger sein und es wäre noch gut für Schalke 04, da man ihn ja auch ablösefrei verpflichtet hat. Der letzte Neuzugang, den ich in diesem Video vorschlagen werde, ist Dardai. Man muss nämlich zwei neue Innenverteidiger verpflichten, da die aktuellen sechs Innenverteidiger nicht Bundesliga-tauglich sind, was das Tempo angeht und an sich schon die Qualität, wie schon in diesem Video genannt. Dardai wäre dafür eine super Option. Er wird auch beim HSV zum Beispiel gehandelt aktuell und macht in dieser Saison in der Bundesliga 7 Spiele, ist erst 20 Jahre alt, hat einen Marktwert von 4 Millionen, ist deutscher U21-Nationalspieler. Bei Hertha BC hat er einen Vertrag bis zum 30.06.2025 und eine Laie bis zum Saisonende, vielleicht sogar mit Kaufoption, wäre auf jeden Fall denkbar und auch ein sehr, sehr guter Deal für Schalke und könnte der Innenverteidigung helfen. Schalke braucht weiteres Geld und deswegen würde ich Marius Bülter verkaufen. Bülter ist zwar einer der besseren Spieler bei Schalke, aber mit Ove Jahn der Einzige, der Geld bringen kann für die wichtigeren Neuzugänge, wie die drei genannten Spieler in diesem Video. Und Ove Jahn ist in meinen Augen zu wichtig für einen Abgang bei Schalke 04. Bülter macht in dieser Bundesliga-Saison 15 Spiele dabei drei Tore und damit könnte man einen Abgang in Betracht ziehen. Er hat einen Vertrag bis zum 30.06.2024, ist 29 Jahre alt, hat einen Marktwert von 2,5 Millionen und eine Ablössumme von 1,8 bis 3 Millionen wäre damit denkbar. So in etwa könnte an die AL von Schalke 04 für die Rückrunde der Bundesliga-Saison aussehen, mit meinen Abgängen und meinen Neuzugängen. Die bisherigen Wintertransfers Tau und Orohn habe ich erstmal nicht mit einbezogen in diese ALF und an sich in dieses Video, da man bei ihnen erstmal abwarten muss, was sie leisten können. Ansonsten sind Vandenberg, Salazar, Greimel und Polter hier nicht mit drin, da sie aktuell verletzt sind und wahrscheinlich auch die restliche Saison verletzt sein werden. Das Durchschnittsalter dieser ALF war 26,18 und diese ALF hat einen Marktwert von 30,5 Millionen. Das sind zwei ganz okaye Werte. Tom Kraus stößt hier ganz klar heraus mit einem Marktwert von 6 Millionen, macht er einen Riesenanteil von diesen 30 Millionen aus. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt Tschau und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.